Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 11. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichnen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber von dem Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als roter Vogel nennen und wird von Planet Mars beherrscht. Und diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unserem Planet Erde, in Tierkreiszeichnen Krebs nach unserem westlichen Astrologie. Die chinesischen Astrologen sagen zu Mond, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich gerade in Palast des Ostens, was die chinesischen Astrologen als blaue Drache nennen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und befindet sich gerade in Tierkreiszeichnen Skorpion. Eine abnehmende Mondphase eignet sich dafür etwas starten, was abnehmen soll, loslassen, von etwas trennen oder etwas bereinigen. Heute ist eine bestimmte Konstellation im Himmel. Mond hat eine Umlaufbahn und kreist um die Erde. Und diese Umlaufbahn des Mondes verläuft nicht parallel zu der Ekliptik, sondern es ist in der Abneigung da. Ekliptik ist nichts anderes als die zwölf Tierkreiszeichnen, die miteinander verbunden sind wie ein Gürtel. Das nennen wir als Ekliptik. Die Mondumlaufbahn kreuzt diese Ekliptik in zwei Punkten. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden überquert und gegenüber, wenn von Norden nach Süden überquert. Es entsteht hier zwei Schnittpunkte im Himmel. In diesem Schnittpunkt befinden sich auch die Finsternisse. Aber diese Schnittpunkte hat auch eine Bedeutung, weil das ist nichts anderes als die karmischen Knoten. Und die karmischen Knoten ist einmal die aufsteigende Mondknoten, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden überquert in diesem Ekliptik. Was die aufsteigende Mondknoten ist. Und hier in diesem Punkt haben wir karmischen Lernaufgaben. Da lernen wir etwas Neues oder haben wir neue Erkenntnisse. Gegenüber, wenn die Mondumlaufbahn die Ekliptik von Norden nach Süden überquert, befindet sich die absteigende Mondknoten. Und das sind die alten karmischen Erfahrungen. Die indischen Astrologen betonen das, weil sie glauben auch an die Karma. Und sie nennen das als Drachenkopf. Das ist die neue Lernaufgabe. Und die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen, nennen die indischen Astrologen als Drachenschwanz. Also sie bezeichnen das als eine Drache. Und das kreist sich alles und unsere Lernaufgabe ist von diesem Karma dann befreien. Und das sind diese beiden Knoten, was eine wichtige Rolle spielt in der heutigen Mondbewegung. Weil der Mond befindet sich gerade in der Mitte. Das heißt, es ist auch ein Schnittpunkt, weil von diesem Punkt aus bestrahlt wohl die alte Karma, bestrahlt auch die neue Karma. Hat einen Einfluss auf beiden. Und hier haben wir eine Aufgabe, das im Gleichgewicht zu bringen. Alte karmischen Erinnerungen, Erlebnisse, Erfahrungen. Und da sind viele Schätze auch, wie Talente, Fähigkeiten. Etwas, wo wir vertraut sind. Etwas, wo wir schon gemacht haben. Wo wir Meister sind. Und das sollen wir bewahren. Es gibt natürlich auch einen gewissen Prozess. Eines oder anderes auch loslassen oder trennen. Damit etwas Neues entstehen kann. Und das sind die neuen Erfahrungen. Und genau das aktiviert diese beiden Knoten, die heutige Mondbewegung. Und es wirkt auf uns alles. Aber direkt trifft es die Skorpiongeborenen, die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Die spüren das Intensive. Oder wird durch diese Mondenergie etwas auslöst bei diesem Tierkreiszeichnen. Natürlich auch bei den Menschen, wo in ihrem Geburtshoroskop die Mondknoten.